Hallihallo, Halluschen und herzlich willkommen zurück zu Amnesia the Dark Descent und wir sind hier stehen geblieben und hier ist ein Gelächter eben gewesen, das mich schon ein bisschen beunruhigt und ja, ich weiß nicht, wo ich wirklich lang muss, ich hab auch keine Ahnung, wo dahin? Ich weiß es nicht. Kiste? Äh, w-w-fass, nicht Kiste. Nicht alles wieder durcheinander schmeißen. Koprit. Tür zu. Ähm, Angst. Äh, Hammer. Kreissäge. Zangen. Irgendwas. Da ist bestimmt irgendwas drin. Ah, geh aus dem Weg. Aus dem Weg. Einfach weg. Wann hab ich angefangen aufzunehmen? Das ist immer die Frage. Äh, ich werd einfach um 23.10 Uhr die Aufnahme beenden. Ja, genau. 23.10 Uhr. Und nein, das werde ich nicht benutzen. Ich benutze lieber das hier. So. Ähm, ja, wir haben hier natürlich mal wieder schön aufgeräumt und, ähm, hier ist noch unordentlich, da ist noch unordentlich. Oh, ja. Ah, du stehst noch. Okay, da stehen noch ein paar, aber das macht nichts. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Wir gehen jetzt hier lang. Hört ihr das? Schreiendes Kind Ah, ja, okay Jetzt ist sie wieder ein bisschen voller Naja, ein bisschen Zunderbüchse Weg Mal sehen, ob da oben irgendwie was Ich So Gut Zunderbüchse Ah, ja, ja Da, 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 ich weiß Wow Das hat wehgetan Da konnte sich mein Stuhl wieder beherrschen Stuhl, ruhig So Äh, pf Das ist ja nicht mal eingesperrt Äh, zum Schieben Halten Ähm Geht das nicht irgendwie anders Ah Wir haben was hinbekommen Das hier so Jetzt Das hier So 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 Aber jetzt Komm, komm Steig Äh Hallo Ähm Habe ich das Spiel Verbackt Irgendwie Verbackt Irgendwie Nee, 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 nee Irgendwie so Komm schon Irgendwie muss das doch jetzt gehen Hm Hm Komm schon Komm Komm Nein Jetzt Ah Bewegt sich Bewegt sich Und Weiter Weiter Ja Ja, okay Jetzt können wir das da wegtun Oh, das war eben eine Tür Gerade Die man so gehört hat Aber egal Hoffe ich mal Zumindest, dass man es nicht arg gehört hat Okay, jetzt So Das ist noch weg Und Wir sind raus Was war Das Wah Wah Weg Weg Kann ich mich bücken? Ich will mich bücken Hier runter Hm Hört ihr dieses Klimpern Ach ja Was ich mal zu sagen habe Ist Das Will ich da rein? Ah Da hat eben Was Komisch ausgesehen Was Soll Das hier Was war das Was War das Was War das Ich würde es gern wissen Ah Ach ja Ich nehme Erstmal Die normale Story von Amnesia Nicht mit Webcam auf Weil Erstens Ich habe noch keine Zweitens Ähm Wäre komisch Wenn auf einmal von Von Keine Webcam Auf Webcam Dann doch umgeschalten wird Dann Äh Das Käme Komisch Meiner Meinung nach Dann Ähm Als dritten Punkt Hätte ich jetzt gesagt Ich fange an mit Ähm Webcam Ab Ab Custom Stories Und Da seid ihr jetzt wieder gefragt Ihr könnt mir tolle Custom Stories sagen Die werde ich dann Let's playen Mit Manchmal Mit Gästen Mit Bekannten Gästen Vielleicht auch mal Also Habe mir da schon Connections Gesucht Und Das ist Komisch Hier die Weiße Zeug da auf dem Boden Ist denn das Hinweise oder so Das wäre natürlich Doof Wenn Da Hinweise sind Ähm Ja Custom Stories Sollt ihr mir Sagen Machen könnt ihr natürlich auch Für mich Aber das Wird wahrscheinlich eh keiner machen Und Ähm Da waren wir schon Müssen wir jetzt wirklich da rein Müssen wir das wirklich Müssen wir das Wir müssen Ah Hier ist da Oh Feels Like My Chest Is going To Vers Stop My God Wilhelm Do something Accepted Wir Not wouldn't How can you say that Alexander You Piece of Shit Let us Out Of You E Gehirn, Lunge, äh, Gare, äh, äh, pfui, pfui. Und was ist das jetzt? Leer, oh. Na dann. War mal doch noch leerer. Ähm, ja, ich lese nicht vor. Habe ich jetzt mal entschieden. Ja, ich mach nochmal so zurück. So, wird euch reichen müssen. So, ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, ihr sollt mir Custom Stories schicken. Das wäre sehr toll, also, sagen. Wäre wirklich cool. Und dieses Ding, das macht mich krank hier. Ja, weg hier. Ich glaube, ich hab alles. Habe ich alles? Vier so Dinger. Sollten, sollten reichen. Vier ist eine magische Zahl. So wie je, in irgendeinem Land ist es bestimmt eine magische Zahl. In Papu Neuginea bestimmt. Er setzte sich bei der Kaspar nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den schandbedeckten Boden. Entschuldigung, das ist eben so komisch betont. Ach, wieder die Hämorrhoiden. Och, nee. Wollang geht's jetzt? Nach da unten mal probieren. Au. Okay. Irgendwas hat er sich eben aufgeschrieben. Vielleicht. Ach, die Chemikalien müssen vermischt werden. Ähm. Dann. Geht's mal hier lang. Mal wieder auf den Herpes, äh, auf die Hämorrhoiden. Labor. Ja, das dürfte es dann sein. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach Gibraltar bringen sollte. Als er britischen Territorium erreiste, musste er nach einer Kabine auf der SS Hortensia nach London reserviert werden. Hier mache ich mal Licht. Und hier werde ich, glaube ich, auch dann beenden, den Part. Und, ähm, ja, ich freue mich auf Feedback und so. Das könnt ihr natürlich in den Kommentaren geben. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Part von Amnesia. Tschö, tschö.